Wir sehen es heute sehr schön hier beim Asut-Seminar. Der digitale Geist ist aus der Flasche und es wird Zeit, dass wir die Digitalisierung in den Dienst des Menschen stellen, den Menschen wirklich in den Mittelpunkt stellen. Dabei hilft uns die drei Markenkernbereiche der Schweiz. Das Thema Innovation, das Thema Sicherheit und vor allem auch das Thema Bildung.